Arme Fünfte. Bleiben Sie unten. Lehnen und Mitte. Plie. Tiefere Plie. Und Lehnen. Füße zusammen mit den Armen zugleich. Vorwärts und zurück. Und Seite, Seite, Seite. Hier ist Ihr V. Hier ist Ihre Umarmung. Und Ellbogen, 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 Ellbogen. Rechts vorwärts, links zurück. Rechte Seite, linke Seite, rechte Seite, linke Seite. Vorwärts und zurück. Und Seite, Seite. Bewegen Sie die Arme hoch und umarmen. Anheben, ausatmen und ausstrecken. Beugen Sie das Knie. Linkes Bein ausstrecken. Beim Anziehen atmen Sie ein. Anheben, ausatmen, weit ausstrecken. Einatmen und beugen. Anheben, ausatmen, weit. Und es braucht, um zu empfehlen. Begen. Vielen Dank.